Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars auf einer alten Map, nämlich I, wieder mit den beiden Spasten, David und Booty Plays, der sich dahin versteckt, weil er einen hässlichen neuen Skin hat. Lasst ein Like da für seinen Skin auf jeden Fall bei ihm und auch unter diesem Video. Herzlichen Glückwunsch, hier ist der Skin, finde ich auf jeden Fall nice, auch wieder so ein Pädophase, wie mein Skin hat. Ja, okay, rot ist komisch, okay. Ja, der guckt ab und an so ein bisschen komisch, aber gut, der guckt so. Ich glaube, ich lege jetzt nicht, weil ich nebenbei was runterlade. Na, hast nur 100 Aping. Der rot ist bieft schon, sogar den Weg. Als ob rot ein bisschen professionell ist, wie langweilig. Mach du mal vor, ich hab eins. Na, warte, warte. Ich bin da und als ob der mich sofort mit einem Hitter wegschlägt, Alter. Nö, hab ich gerade keine Lust drauf. Und ich? Er klaut sich wieder alles, Alter, was ein Hut und so. Boah, wie bei, wie in dem Feuer einfach mal drei, drei Viertel des Eisens verschwindet, Alter. Ist ja, Alter, das Feuer, dass du irgendwie so nimmst, ist ja. Wenn du so mich nicht nimmst, kannst du? Ich hab die Blöcke gedrobt, du hast die nicht genommen. Ich hab sie mir geguckt. Ich hab sie schön, hab ich das für dich hingelegt. Jo. Ein Gelb schon mal da, um, fulle Crip. Ah, jetzt versteh ich diese Map erst. Das soll ne Hand sein auf jeder Map, ne? What? Soll das ne Hand sein? Die Map heißt Ei, Auge. Jetzt übersetze mal, was könnte das dann sein? Ein Ei. Ah, oh Gott, oh Gott. Englischstunden mit Levelan. Herzlichen Glückwunsch, willkommen dabei. Wir haben, wir haben halb elf nachts und wir lernen Englisch mit Levelan. Arschloch, ups, was? Asshole. Ey, was heißt Schrank? Schränk. Du sagst das Richtige. Schränk. Was heißt Straßenbahn? Straycenbahn. Oh, gefickt, Alter. Straycenbahn. Schrank und Straycenbahn. Ey, warte, ey, wer kommt da gerade? Ist einer von uns? Ne, das ist einer aus dem Üblen. Also, Brody macht das, was er immer tut. Gut Ragen. Eigentlich müsstest du dich und deinen Channel ja, äh, irgendwas mit Rage im Namen nennen. Rage Monkey. Brody Rage. Ja, eben. Ja, Alex. How to Rage. Wie heißen dann deine Folgen? Boah, jetzt hast du das rausgehauen. Du stinkst, geh in die Badewanne. Wird schon dezent lustig, oder? Du stinkst, geh in die Badewanne. Ey, du, Matt. Du stinkst. Brrr. Du stinkst nach Pizwotze. Du scheiß. Du scheiß Pizwotze. Digga, wie? Du scheiß Pizwotze. Hab den Baudan. Hab den Baudan für gelb. Der hat ja gerade so gespandt. Ey, scheiß, das kommt ein blauer. Easy Kill, du scheiß Pizwotze. Der blaue Hack übrigens, ne? Nein, als ob ich jetzt nicht mehr den gelben Kill bekomme, Alter. Der schlägt mich auf den anderen Tüberg gleichzeitig. Ja, das mache ich auch ganz oft gerne. Das ist ein Hobby von mir. Dann nehme ich einfach beide Arme in Minecraft. Und dann mache ich so einen Beyblade-Tag an, weißt? Dann mache ich immer so bam, 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 bam. Weißt du? Dann mache ich so... 8200 DPI. Puh. 800 DPI. Weißt du? Ich mich reich. Gehen wir eigentlich alle zum selben Team. Weil nur noch das Team für uns relevant ist. Das ist unser Leben. Oh. Hui. Wie behindert wir beide sind. Keiner trifft den anderen. Hey, du. Du scheiß Pisswotze. Ich bin noch dabei, dicker. Ich habe noch zwei Pils mehr heute. Get rekt. Und der dritte ist hier oben. Rot lebt noch. Ja, rot, Brudi. Du hast die Farbe gut erkannt. Hey, du. Moth on Judd forever. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? Jawohl. Hacks Away-Level, Alter. Wenn der Hacks treibt, würde ich mich nicht wundern. Wahrscheinlich hat er schon einen Chatbund, weil ich für deine Klappenflug. Das hört sich an wie so ein halbtoter Vogel, der... ... der wilde... ... ne wilde Maus beim Kacken. Euch das Team, Kotti. Du scheiß Pisswotze, du kriegst mich nicht. Aber ich dich. Und das schwarbein Ende. Ja, er kriegt mich einfach logisch. Das P-G an dich, Alter. Er brennt in... Er brennt einfach. This girl is on fire. Hab ich jetzt mal nicht gehört. This girl is on... Dig, jetzt hast du meine Gesangseinlage mit deinem Geschrei unterbrochen, ja? Deine Mutter kann nicht... Lol, hier ist dieser Map-Fehler schon wieder. Ja, genau. Wie du, denn du bist auch nur ein Fehler in deiner Programmierung. Du bist auch nur ein Fehler. Also lass die Fehler Fehler sein. Unten, 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 unten. Fehler sind ganz natürlich. Also bist du natürlich? Ja. Ja, ich bin natürlich im Gegensatz zu dir. Ich war bei deren Bett. Aber sie haben es abgewehrt, indem sie ihre fetten Ärsche in meine Fresse gestellt haben. Der Boden, ne? Aber kein Arsch ist so fett wie dein Arsch. Das ist sicherlich richtig. Danke für deine Diagnose. Dieses Video wird so viel Dislike. Du kaufst nur, weil du ein Video bist. Ja, es ist auf meinem Kanal. Warum Dislike? Ich zwinge keinen, meine Videos zu gucken. Nicht so wie bei dir. Du zwingst mich, deine Videos zu gucken. Was sagst du da? Ich zwinge dich nicht. Du guckst dir von alleine. Ey, wie schwarz ist der denn, Alter? So schwarz wie du. Vielleicht hat er sich unter der Sonnenbank, äh, ist er unter der Sonnenbank eingeschlafen. So wie du. Schöner Arsch, David, ne? Ja, was? Ihr seid beide unter der Sonnenbank eingeschlafen und seid jetzt schwarz wie kein anderer. Ich unter. Ja. Geh unten, geh unten, geh unten lang, geh unten lang. Ich geh von oben, da wollte ich noch ein Bett ein. Unten ist deine Bestimmung, Digga. Unten soll es geschehen. Sama, ihr seid totaler Wendung. Ihr habt unten seine Mutter mehr gewaltig. Anscheinend sehr oft, denn es kam kein Todeskind bei heraus. So, ich meine, jetzt ein Gottrichter an, der Jettner. Dieser typisch ist nicht legit. Allerdings habe ich trotzdem ihr Bett. Ich habe immer noch gut. Diese Typen sind sehr komisch, denn sie hinden mich, als ob ich ein Pinball für sie bär. Allerdings habe ich trotzdem, weil ich sehr viel Skill habe, ihr Bett bekommen. Nicht so wie ihr. Okay, jetzt kann ich aufhören mit dieser Pedo-Sprache, oder? Oh, Leute, ich habe schon Killz. Ich habe drei Killz. Jo, Leute, das war's. Schaut bei den beiden Spasten vorbei. Die müssten mich immerhin für heute ertragen, also deswegen lasst doch mal ein Abo da. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und tschö, Mütte. 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 Bis zum nächsten Mal.